Daniela Katzenberger hat zwar schon ein Kind zur Welt gebracht und diverse Schönheitsoperationen über sich ergehen lassen. Doch im Vergleich zum Corona-Test ist das gar nichts. Das zumindest könnte man meinen, wenn man sieht, wie die Katze beim Abstrich leidet. Millionen Menschen haben die Erfahrung schon gemacht. Der Abstrich für den Corona-Test ist nicht gerade angenehm. Daniela Katzenberger hat den Moment nun in einem Instagram-Video festgehalten. Auch sie ist nicht gerade begeistert und kommentiert. Scheiße, ich werde mich wohl nie an diese Tests gewöhnen. Punkt. Das Video zeigt die Prozedur. Eine medizinische Kraft in Schutzkleidung führt der 34-Jährigen auf einem Parkplatz ein Teststäbchen erst in die Nase ein, danach in den Rachen. Katzenberger schüttelt sich, wirkt und zieht das Stäbchen aus der Nase. Bitte nicht, erklärt sie angewidert. Im Hintergrund erklingt derweil eine Stimme, vermutlich die ihres Ehemannes Lukas Cordalis, mach jetzt, Schatz, es ist nur eine Sekunde. Schließlich lässt Katzenberger es da noch über sich ergehen, auch wenn sie anschließend mit einem Würgereiz zu kämpfen hat. Punkt von der Nase in den Mund? Das ist ja so, als ob man sich nach dem Duschen erst den Ahr und dann das Gesicht abtrocknet, kommentiert Katzenberger angewidert ihren Post. Simone Ballack äußert in der Kommentarspalte ihr Mitgefühl, ich hab's auch schon zweimal gemacht. So eklig. Katzenberger Schwesterherz Jenny Frankhauser rätselt, kann doch so nicht richtig sein. Und Tanja Shevchenko findet lobende Worte, tapfer. Binnen kürzester Zeit sammelte der Post mehrere hunderttausend Aufrufe ein. Aus den zahlreichen Kommentaren geht hervor, die meisten würden sich wohl auch eher die umgekehrte Reihenfolge wünschen, erst Rachen, dein Nasenhüll. Vielleicht hat Katzenberger damit ja einen Denkanstoß für künftige Tests geliefert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017